Gesandte von Königen bitten um Gehör, welcher Könige, verzeih, man kann die Namen all der Könige, die sich vor dir demütigen, unmöglich behalten. Die erste Unmöglichkeit, die mir gefällt, führe sie vor. Wenn du ihm die Gnade abzeigst, in seiner Kopfschrank einzuziehen. Meine Gnade verschenk ich, ich verbrauch sie nicht. Angst es den Hebräern, dass ich die Unterwerbung annehme. Denn ich habe gesporen, dass ich das Volk, welches sich zuletzt von ihr demütigen Hirten vertilgen will. Herr, die Hebräern sieht ein Volk von Anziegeln. Ich habe da ein Volk, das mir Widerstand leisten will. Schade, dass ich alles, was ich dachte, vernichten muss. Herr, lass forschen, ob dieses Volk sich versöhnlich hat hinter seinem Tod. Ist das, so lass uns angreifen. Dann gib dir Gott sie dir gewiss wie die Hände. Haben sie sich aber nicht verständigt, wieder ihren Tod. So kehre um, denn im Kopf wird sie beschirmen. Und du bist ein Stott im Anzellamme. Weiß sagst du mir auf Wurscht oder arg liest im Herzen. Du erfährst dich neben mir, noch meinen anderen zu beleuchten. Du sollst dir selbst zum Gericht gesprochen haben. Was die Hebräer erwartet, das erwartet auch dich. Er greift ihn und bringt ihn ungefährdet in die Stadt. Und wir ihn bei der Einnahme wiedermacht. Und wir sein Haus bringen, wenn ich's auch nicht neu.